ja leute sind gerade mitten im nächsten abhüll ist echt hart gerade weil es ziemlich warm ist die sonne ballert und also laut unseren berechnungen müssten wir eigentlich so 1000 höhenmeter haben beziehungsweise laut trailforks der andere schwarze trail wo wir jetzt also beziehungsweise jetzt wo wir bei dem roten noch mal drüben hochtreten ich sag euch gleich oben wie er heißt müssen wir unten im tal schon 800 gehabt haben das heißt jetzt müssen 1000 auf jeden fall haben haben uns gerade unsere flaschen aufgefüllt hier an einem geilen bergwasser schmeckt ultra geil und ultra kalt einfach hammer zu essen habe ich doch wissen was der nico hat noch eine halbe packung nüsse und ich habe hier am rahmen geteilt auch noch so nüsse fruchten mix und eine banane also müssen wir sagen ich jetzt noch gut schafft nach oben weit ist eigentlich gar nicht mehr das heißt richtig gut heute unterwegs eigentlich macht auch mega bock also lohnt sich wirklich die tour ich nehme es auf strava auf das heißt falls ihr unsere route nachfahren wollt könnt ihr gerne machen kein problem geht in selten unten los könnt ihr bei mir auf strava jonas heidel euch die tour holen und die nachfahren wenn ihr bock drauf habt genau wir treten jetzt weiter nachdem wir uns hier mit kaltem wasser erfrischt haben und dann geht es gleich für euch weiter auf nächsten trail und ich würde sagen bis dahin auch keine ahnung ist einfach anstrengend tschau ja leute gibt euch mal die aussicht hier richtig geil das sind oben an der klebealm heißt die fahren jetzt den klebealm trail mega aussicht also lohnt sich echt hier hoch zu treten und genau jetzt geht es auf den trail party beginnt nach einem wirklich langen abhüll und viel spaß euch so leute wir starten rein in den klebealm trail auf jeden fall schon mal ganz schön aber das sind diese komischen regeln die hier überall drin sind die stradeline hier die hier windets Trail hier als Kategorie rot ausgezeichnet. Von der Schwierigkeit her. Hier geht es runter. Hier geht es runter. Hier geht es runter. Hier geht es runter. Geht es hier lang überhaupt? Ja, geht es lang. Geil, oder? Hier geht es runter. Durchschlag. Felgendurchschlag am vorderen Kategorie. Hier geht es runter. Hier geht es runter. Ha! Achtung nach! Ah! Scheiße! Ah! So, Leute. Kleiner Stress geht weiter. Kleiner Fluss. Aber nichts passiert. Alles gut. Oh, mein ganzes Fuß. Die Sonnenfuße geht geradeaus weiter. Überall Abschweigungen haben wir eigentlich gut ausgeschildert. Kann man sagen. Uuuh! Ah! Ich weine. Ich weine. Ich weine. Schonängel! Dat ist nachsch reinforcementsbasiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Weiter geht's, nächster Abschnitt Okay, das ist krass Scheiße, die Wand an Ja, ja, passt Geil Okay Alter, ich bin gerade so unkonzentriert, oh mein Gott, eine Kurve einfach. Nach so einem Sturz bin ich gerade jetzt ein bisschen unkonzentriert. Ah, ich bin einfach durch, nach tausend Höhenmeter treten oder mehr. Zum Sturz bin ich einfach die Luft raus jetzt, egal, ballern wir hier nach runter, alles klar. Morgen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017